Ja, ich bin noch ein R. Hallo Luis, hallo liebe Abonnenten und hallo liebe Zuschauer. Ich bin hier heute wieder mit Steffi unterwegs, machen wir hier einen kleinen Overnighter, eine kleine Angeltour und dann schauen wir mal, was wir heute erleben. Es gibt gerade aktuell schlechte Neuigkeiten, die dies auf Instagram verfolgt haben. So, natürlich läuft nicht immer alles problemlos, besonders wenn man sein Equipment im Keller hat. Ja, jetzt fühlt mir mein Angeln jetzt weh, wo diverse Rollen, wie auch natürlich Routen drin sind, bis an Zeiger und Co. Das läuft sie bestimmt auf dem Wert von knapp ca. 1000 Euro. Ja, die sind jetzt nicht mehr da. Das ist natürlich jetzt problematisch. Ich habe zwar noch Alternativrouten, habe ich noch, aber die anderen Routen, man hat so halt seine Sachen geplant gehabt jetzt und jetzt fehlen mir meine Angelrouten. Jetzt muss ich mal mit der Versicherung telefonieren und gucken, wie sich das jetzt verhält und was ja jetzt machen kann. Ja, das ist immer problematisch, weil ich immer die Routentasche immer relativ oben bin. Und wie man hier sehen kann, kann man hier relativ leicht einfach rübersteigen oder sich natürlich am Keller bedienen, indem man einfach nur das Schloss hier einfach nur aufschraubt. Auch von innen. Ja, kann ich erstmal nichts machen. Ich versuche das Beste jetzt aus der Situation rauszumachen. Also, es ist ja passiert, ob ich jetzt wütend bin oder traurig bin darüber, wird ja an der ganzen Sache jetzt erstmal sowieso nichts ändern. Ja, jetzt suche ich mir jetzt noch die Routen aus, die ich jetzt noch übrig habe und versuche mit dem heute das Beste zu machen einfach. Ja, meine Welsrouten habe ich zum Glück noch. Dementsprechend kann ich immer noch auf Welsangeln gehen. Mir fehlen jetzt bloß meine Allround-Routen, wo ich halt großflächig natürlich auf alle möglichen Fischarten hangeln gehen konnte. Vor allem auch die Rollen. Ah, ich habe letztendlich wieder 400 Euro, glaube ich, ausgegeben gehabt, die jetzt auch da drin sind. Und allein die kleine Barschroute, das macht auch nochmal zusammen über 200 Euro im Kombo. Alleine sind das schon 600 Euro. Ja, die Bissanzeiger, die kosten 140 Euro. Einer. Ja, also, wenn ich jetzt sage, es geläuft sich ja auf 1000 Euro, dann ist es wahrscheinlich nicht nur, es sind 1000 Euro, das sind mindestens 1000 Euro, die jetzt da weg sind. So, ich habe jetzt mal alles grob zusammengerechnet. Beispielsweise, also, wenn man immer denkt, Angeln ist ein billiges Hobby, dann nicht so. Beispielsweise hier von einem meiner Einkäufe. Ja, also, ich komme jetzt insgesamt auf dem Warenberg von 1350 Euro. Da ist nicht mal die Routentaschen mit dabei, die Banksticks sind dann nicht mit dabei und diverse anderes Equipment, was du in den Seitentaschen mit dabei ist. Der nostalgische Wert, der da auch mit dabei ist, da ist Equipment drin. Das kriegst du so nicht mehr zu kaufen einfach. Ich habe zwar noch die Rechnung davon und da gibt es nur noch Nachfolgeprodukte von der Marke, aber manchmal ist neuer nicht immer besser. So, damit man das mal so mal gesagt hat. Ja, ich muss mich nur bei meinem Bruder Basti melden. Du hast nämlich noch einen Bissanzeiger auf deiner Rechnung noch. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, du hast es noch. Wenn nicht, musst du da auf jeden Fall auch nochmal anrufen, dass ich das dann auch mit auf jeden Fall angeben kann. Es wird spannend. So, ich habe mich jetzt mal um das jetzt gekümmert, was ich jetzt noch auf die Schnelle finden konnte. Ich würde es morgen abschicken, zur Versicherung angeben und dann, ja, ich werde nicht alles wieder kriegen, aber so finde ich so das Gröbste, so wie die Elektronik, die Bissanzeiger und die Routen von letztem Mal, die ich mir gekauft hatte, wieder zurückkriege, ist das schon gut. Für mich muss ich, ich muss mir halt angewöhnt, da die Kassenbonds ein bisschen besser aufzubewahren. Natürlich finde ich noch den einen oder anderen. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich würde mir sofort alles neu kaufen, sofern das Geld dann gleich wieder da ist. Ja, wichtig ist auch, halt in solchen Momenten immer relativ gelassen zu bleiben. Für mich ist immer hier das Wort mentale Alchemie maßgeblich wichtig für mich. Und man kann aus jeder Situation, egal wie kacke sie es, immer etwas Gutes rausziehen. Ja, das ist die Kunst, durch das Leben zu gehen, egal wie die Probleme sind. Wenn du irgendwas hast, du kannst einfach aus allem Schlechten etwas Gutes rausziehen. Ja, so wie ich es jetzt aktuell mache, besser geht es nicht und dementsprechend werde ich heute trotzdem einen relativ coolen Tag haben noch, ja. Mal gucken. Und das ist das, was mich so auszeichnet einfach, dass ich, egal wie stressig so eine Situation eigentlich sind, dass ich auch immer wieder die Rufe wahren kann, ja. Ja, und ich glaube, wenn meine zukünftige Partnerin bin, mal irgendwann jemand mir wieder den Weg laufen sollte, dass sowas immer ganz zum Gute kommt einfach, ne. Dass man den Partner auch irgendwo immer runterholt oder dass man mich auch mal ein bisschen runterholt, mich mal ein bisschen stoppt in meinen Aktionen, weil ich doch gerne manchmal übertreibe mit dem, was ich mache, sportmäßig. Ja, mal gucken, wie lange das so gut geht. Ich merke es ja manchmal dann auch am Körper einfach, dass er seine Auszeit braucht, dass er eine Pause braucht, auch geistig gesehen, dass er, dass man da auch ein bisschen weiter runter geht, ne, dass man das Handy mal beiseite legt und auch nichts weiter in der Formation aufnimmt, ne, damit man da ein bisschen weiter unterschalten kann. Ja, ich bin gespannt, will man so alles so in Zukunft trefft und welche Frau mir dann irgendwann mal über den Weg läuft. Wir haben gesehen, dass mir irgendwie auf irgendeine Art und Weise meine Routentasche entfernt wurde. Sie ist jetzt nicht mehr im Keller. Dementsprechend angele ich jetzt mit geringer Ausrüstung, mit ein paar Ersatzangeln, alte Angeln, die ich habe. Ich werde die nachher fertig machen und dann schauen wir mal, was ich so hingezaubert kriege mit diesen alten Routen. Na, ist natürlich alles ein bisschen ärgerlich, weil viel Geld dahinter steckt. Ich habe jetzt mal grob zusammengeschätzt und zusammengerechnet. Ich kam jetzt auf 1.350 Euro, wenn ich dann nochmal das Angel Etui nochmal mit dazu nehme, dann bin ich gut bei 1.400 bis 1.450 Euro, die ja mit einmal flöten gegangen sind. Vor allem auch die Funkbissanzeige, die da drin waren, sehr ärgerlich. Naja, ich versuche das Beste daraus zu machen aus der Situation. Muss natürlich alles einreichen. Kassenbons habe ich auf jeden Fall, aber nicht von allen guten Routen, die ich habe leider. Vor allem die Cherrystick beispielsweise, da fehlt mir der Kassenbon noch. Ich werde noch mal gucken. Meistens ist es ja so, dass man diese Sachen einfach von der Freundin versteckt, Ex-Freundin. Und ja, jetzt kommt mir das natürlich nicht zugute. Wer hätte das gedacht? Was soll's? Wir haben coole Wetterverhältnisse, sehr wechselhaft. Wir haben hier teilweise bewölkten Himmel, dann kurz mal wieder ein bisschen Sonnenschein. Jetzt ist es gerade wieder ein bisschen heiter. Mit Regen ist auch zu rechnen heute. Also kann sein, dass wir heute noch vom Regen überrascht werden. Wir werden sehen. Steffi baut da hinten gerade das Tarp auf. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Stellt die Kamera automatisch scharf. Ja, da hinten baut Steffi gerade ihr Tarp auf. Nee, erstmal die Hängematte und danach anschließend das Tarp. Ja. Korrekt. Du hängst aber ganz schön tief. Ja, noch nicht fertig. Gut. Dementsprechend, einmal kurz scharf stellen. Danke Kamera. Dementsprechend lasse ich jetzt ein bisschen alles so per Zeitraffer hier ablaufen. Aufbau und Co. Und dann schauen wir mal, was das hier alles wird. Viel habe ich nicht mit. Ich habe wirklich phänimalistisch heute alles niedrig gehalten. Ich hoffe, ich habe einen Angelschein. Nicht in der Rupentasche gelassen. Da muss ich mal gucken. Wenn doch muss ich auch den neu beantragen. Und das ist richtig beschissen. Die ganze Lauferei. Zum Glück habe ich noch meinen alten Angelschein, wo noch meine Nummer draufsteht. Ja, dann schauen wir mal, was das alles wird. Ja, legen wir los. Erster Urlaubstag. Was kann man da besseres machen, als angeln zu gehen. So, einmal muss ich hier nochmal kurz unterbrechen, weil vor diesem Ansitz mit Steffi gab es nochmal vorher einen anderen Ansitz. Und hierbei waren halt Steffi, Olli und noch eine Freundin mit ihrer Tochter. Das war ein unglaublich geiles Wochenende. Ich habe leider auch nicht so viele Videomaterialien. Und die Videomaterialien, die ich davon habe, da läuft Musik im Hintergrund, dessen Lizenzen ich einfach nicht dafür habe, dass es Musik, die man halt zum Radio hört. Nebenbei hatten wir noch Live-DJs, die neben uns gespielt hatten. Die Musik, die ist natürlich live und dementsprechend hätte ich die verwenden können, weil die von den Leuten selber da kreiert wurde. Freestyle-mäßig. Aber leider kann ich die anderen Materialien nicht benutzen. Das war auch der Ansitz, nachdem auch meine Angelsachen verschwunden sind. Hier muss ich auch dazu sagen, dass ich eigentlich immer die Plätze absuche komplett. Und auch eine Freundin meinte, dass ich alle Angelsachen mitgenommen habe. Es lag da nichts mehr weiter rum. Zum Glück hatte ich meinen Angelschein trotzdem nochmal wiederbekommen. Der wurde mir jetzt in meinen Briefkasten gelegt, ohne Absender natürlich. Und das war natürlich erstmal die Hauptsache, dass ich da die Rennerei nicht habe. Okay, aber hier setze ich euch ein paar Clips zusammen von dem Ansitz, den ihr leider so in Vollzügen nicht genießen könnt, wie ich den genießen konnte mit Freunden. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß daran, den zu sehen. Wenn nicht, skippt einfach weiter bis zu den haupteigentlichen Ansätzen, den ich hier mit Steffi noch starten werde. So, heute wieder unterwegs mit Steffi da oben. Sie guckt sich gerade einen Spot aus, wo sie ihre Hängematte aufsetzt. Ich werde heute diesmal nicht im Zelt schlafen. Ich werde mir heute ganz primitiv mit einem Tab, Isomatte und Schlafsack so draußen minimalistisch schlafen. Das sind so kleine Experimente für nächste kommende Touren und Projekte, die ich geplant habe. Wäre auf jeden Fall mega geil und mal gucken. Wo ist Steffi da oben? Wie der Abend heute verlaufen wird. Angeln sind auch mit dabei, das heißt, ich werde heute auf jeden Fall wieder angeln gehen auf Aal und bin gespannt, was das heute hier wird. Es knallt auf jeden Fall. Ich werde auch wieder gleich reinspringen. Dann werden wir mega geile Temperaturen. So, jetzt fuhren wir Oli ab und dann geht das Angelabenteuer richtig los. Wir haben uns in den Platz gewechselt, sind hier bei Live DJs. Ohne mit Live DJs hier gerade vor Ort. Ja, mega, mega geil. Mit Steffi noch hier mit am Boot. Oh Gott, man hält die Klappe. Ja, und jetzt geht es ab zu Oli und dann schauen wir gleich mal weiter. Okay. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. 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 So, damit ihr das Abenteuer so gut wie möglich erleben könnt, werde ich mir jetzt die Kamera jetzt hier oben auf den Kopf schneiden. Und dann hoffe ich, dass ich hier eine einigermaßen gute Perspektive hinkriege. So, kriegt man hier soweit alles rauf. Ja, ich hoffe, wir gucken, wenn ich jetzt so mache. Ja, ja, okay. Die beiden Bäume sind auch nicht weit auseinander. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. 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 So einfach super stabil. So einfach super stabil. Guckt euch mal. So. 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 Und dann kann ich hier habe ich dann immer Licht, wenn ich Licht im Zelt brauche. So. Ja. Kannst du auch passiv machen oder so. Und dann habe ich dann auch eine Firmen, die Noah kann es auch manuell umstellen. Ich habe es mit Karabiner oder so. Mhm. Aber ich kann es auch nach außen hin machen. Beispielsweise. Guck mal. So hin. Dann habe ich draußen nachher auch immer ein bisschen Licht. Ja. Schon nicht schlecht, ne? Schon cool. Und wie gesagt, dann kann ich dann Rotlicht aktivieren. Hat die auch? Ja. Das ist cool. Und weißes Licht. Dann kann ich die Intensität auch nochmal einstellen. Ja. So. Guck. Das ist geil. Dann möchte das quasi so meinen Angel platzen her. Das sind die Kleinigkeiten, ne? Das ist schon viel wert. Auf jeden Fall. So. Weiter geht's. Mit dem vermeintlichen, mit dem vermeintlichen erst mal improvisierte Montage hier. kleine Grundmontage. So. Zack. Fertig ist das Ding. So. Wenn der Fisch beißt, hakt er sich einfach selber. Okay. Nicht die beste Route. Aber okay. Ich hoffe, das geht klar. So. Trotz alledem. Hier das Stück war das, ne? Das war schon eine uralte Route. Ich versuche das mal irgendwie mit Panzertape nochmal fertig zu machen. So. Jetzt muss ich das hier mal irgendwie festmachen. so bleibt das relativ stabil, hoffe ich doch. Ja. Man muss ein bisschen improvisieren. Das ist hier auch kein normaler Angelkanal. Das muss ich dazu sagen, ne? Das ist ja alles andere als normal. Hier, guck mal. Ich hoffe, die Kamera läuft noch, ja? So. Ein bisschen festmachen hier. Tja. So. So. Darf natürlich jetzt nichts abreißen, ne? Dann war's das. So. Alte Route. Jetzt zeigen wir mal, ob das hier funktioniert. So. Jetzt kommt erstmal eine Bimmel ran. Oh, eine Doppelbimmel. Oh mein Gott. Werde das gedacht. Ja. Das ist nur ganz einfache Shimano Route. Man muss nicht immer das teuerste von teuersten haben hier. Ich glaube, das Stock mal 50 Euro kostet. Auch ein sehr, sehr robuster Stock. Bis 100 Gramm. XH genau. Extra heavy. So. Ist auch zum schweren Spinnfischen für Hechte beispielsweise. Eine Viertausender Rolle drauf. Ist eigentlich immer Standard für mich hier. Und deswegen packe ich jetzt. So. Zack. Die nächste Route. So. Und die mache ich jetzt auch fertig. Ich weiß noch nicht. Wo ist der Fisch? Die ging kurz einmal ganz kurz eben. Hat gebimmelt ganz einmal. Kann sein, dass da sogar einer dran ist. Dass er sich jetzt nicht mehr bewegt. Das ist Schockstarre. Ja. So eine Art. So. Gut. Jetzt mache ich die Route hier fertig. Auch eine Grundroute denke ich mal. 270 hat die glaube ich. Ich muss mal rauf gucken. 270 genau. Ja. Das mache ich gleich. Oh, das war ich. Das war ich. Ja. Ja, das war ich. Das war ich. Das war ich. Mal gucken. Ne, ist dran. Oh. Fischi Fischi Fischi. Und schon ist er. Wollen wir uns den heute fertig machen? Ja. Was ist das für einer? Das ist ein Praxen. Da klingelt jemand. Weißt du, wo hast du gehört? Da, da. Hast du ihn gesehen? Ja, kurz. Das war er eben. Den kannst du auch als Köderfisch nehmen. Den kannst du auch als Köderfisch nehmen. So. Ja, das ist ein kleiner. Also. Jetzt der andere. So. Weiter geht's. Ein bisschen Köder ran. Nicht gedacht. Ich muss doch noch eine Box mitnehmen sollen. Ja, mal schauen. Wir warten erstmal, bis der Jäger geschossen hat. Und dann machen wir unser Essen heiß. Da, der Eisvogel. Hast du das gesehen? Ne. Ich hab die Bimmel abgemacht. Du musst. Wie nimmst du die Umwelt denn wahr? Ich hab die Bimmel abgemacht. Ich hatte eben keine Auge für den Eisvogel. Aber es war bestimmt der gleiche. Superschön, ey. Hast du richtig blauen Farbe gesehen. Mann, mach mich doch nicht so nervös. Ist egal wohin? Ja. Mach mal bei den dickeren Stücken. Ne. Da, wo der Ring auch ist. Das ist ein bisschen dicker. Ja. Und jetzt richtig. Ja. Okay. Die kannst du auch essen. Kannst alle Fisch. Du, es gibt welche, die machen so einen Fleischwolf. Ne. Hier bei uns nicht. Es gibt welche, die haben so einen Fleischwolf. Und dann werden die reingetrümmert da. Ja. Und dann gibt's Fisch. Ne. Dann gibt's Fischbuletten. Wenn's halt richtig gewürzt, ne. Na gut, das kannst du ja individuell, ne. Ja. Das ist so ne Gespräche für dich. Das wir das letzte Mal so ne Gespräche geführt hatten. Mit Olli. Hab ich das ja auch aufgenommen. Und dann hatte ich das aber irgendwie so weggekattet nachher. Da war auch so das Gespräch auch oder die Aufnahme vorbei. Und dann Conny so, ja, wenn du das Gespräch so richtig interessant wird, dann mach's weg. Als wir ihm so philosophiert hatten über die Schnecke da, wo das Haus zerstört wurde. Wo ich schon gepennt hab, oder was? Ne, das war, als ich mit Olli unterwegs war. Alleine. Ach so. Mit Olli alleine, weil du sagst Conny. Und da hatte ich so ne Schnecke drauf hier, ne. Und die hatte ein kaputtes Haus. Und dann haben wir uns so über Schmerzen unterhalten gesagt, ne. Ja, ist doof. Weil unterm Haus liegt ja gleich das Herz. Ist das so, ja? Ja. Überleben die garst du nicht? Nein. Das heißt, die ist safe tot gegangen, ja? Ja. Das ist traurig. Ich weiß nicht, ob ich das war oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber einmal hattest du dann so lang gekrocht mit den kompletten Häuschen. Aber wie gesagt, du hast ja unterm Schneckenhaus gleich das Herz obendrauf. Okay. Deswegen, wenn du raufpärst, hast du ihr Herz zertreten. Das ist schon krass. Ich weiß nicht, wie die Schmerzen finden so die Tiere anders möglich. Das ist schwer zu sagen, ne, weil die halt nicht sagen können. Ja. Ja. Aber vor Schmerzen krümmt sich ein Mensch und ein Tier geht einfach weiter, weißt du? Ja. Das ist seltsam. In der Regel, ne? In der Regel, ja. Also so einen Hund oder so, da siehst du schon oder eine Katze. Aber halt bei einer Schnecke. Scheiße, seltsam. Ja, auf jeden Fall. Mir geht es darum, dass, also mir ist immer aufgefallen, die Menschen lassen sich immer von ihrer Angst leiden. Ja. So. Sie machen es nicht, weil sie Angst haben, weil das und das eintreffen könnte. So. Diese Vorstellung, die passiert, oder die ist ja nur im Kopf dieser Menschen. Ja. Die existiert ja gar nicht. Die ist einfach nur ein reiner Gedanke. So. Und ich finde das verrückt, warum Menschen nur weil sie Schiss haben, so was, das was wir machen, einfach nicht tun, weil denen was passiert. Ich hab den halt mal, hab dann halt mal gefragt. Ich sag, wie schaut's denn aus? Wo ist die Chance, dass ich überfallen werde höher? Hier? Oder in der Innenstadt? Ja. So, ne? Wo ist da die Gefahr? Wo ist es höher? Ich glaube auch. Ja, da heißt es ja, hm, stimmt, hast recht. Ja, ist es ja so. Und die meisten, hm, was soll ich, genau, wegen diesen scheiß Horrorfilmen einfach. Weil sie zu viele Horrorfilme gucken. Ja, auch, ne? Du hörst ja ganz viel, wie, dafür hab ich zu viele Horrorfilme geguckt. Willst du die Angeln nicht rechnen? Kann ich gleich für dich machen, ja. So langsam. Ja, ich find's seltsam einfach, warum Menschen so komisch sind. Ja, das ist interessant, sich mal mit Menschen vom Fachmann zu unterhalten. Und er war sehr vernünftig. Ganz wesens schon. Das hast du gemerkt? Ja, der war vernünftig. Es gibt ja welche, die wollen ja nicht genervt werden, ne? Aber ich find's schön, wenn er mal ein bisschen so Informationen erzählt, wenn man mal nachfragt. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Wie gesagt, ein bisschen weiß ich durch mein Kumpel, ne? Der Aufbieger ist. Der Aufbieger ist. Also auch Forstwirt. Wer halt noch kein eigenes Revier hat. Für mich ist das so, wenn ich draußen bin irgendwann und passiert dann irgendwas, dann ist es einfach so. Weißt du? Ja. Dann ist es halt so, ja. Ja, dann ist es so. Wenn Wölfe angreifen oder so, irgendwo ist es ja auch Natur, ne? Und sie sorgen ja auch irgendwo für Gleichgewicht. Und es gibt ja eigentlich auch irgendwie auch zu viele Menschen, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt so Menschen angreifen werden würden oder allgemein. Ich glaub, die haben noch großen Respekt davor auch. Genau, genau. Am geilsten habe ich eine ganz coole Story. Na? Und zwar war ich eine Zeit lang viel, viel Geocachen mit einer Kollegin. Ja. Und die Kollegin hat ihren Freund mitgebracht. Und dann sind wir noch mit zwei weiteren Freunden los. Wir waren nachher im Endeffekt, glaub ich, zu fünf, sechs. Naja, ich halt, wie Geocacher so sind, GPS-Gerät dabei und, 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 und. Und, na ja, halt so Gier, was man fürs Geocaching braucht, so Magnet und so, ne? Was packen die aus? Ich denke, wir haben Nachtcache gemacht, ne? Mit Taschenlampe, also, ja. Ich hab das noch nie gemacht, Geocache. Können wir gerne mal zusammen machen. GPS-Gerät, Taschenlampe, das war das Einzige, was ich dabei hatte. Und ein Stempel halt, ne? Fürs Logbuch. Steh am Auto, also steig aus, steh am Auto, dann kommen die anderen raus. Was packen die aus? Schlagstock, Schlagring. Ich drehe mich um, ich sag, habt ihr noch irgendwie was vor? Ja. Na, wir gehen doch durch den Wald. Wieso ist das gerade euer Ernst? Warum lachen die sofort? Wofür? Innerlich, ich wollte dir jetzt nicht so vom Kopf stoßen, ne? Deswegen hab ich's nicht laut ausgesprochen, aber ich hab innerlich so gelacht, ne? Oh! Oh, da war einer dran eben. Da war einer dran eben. Das war richtig ruppig. Ja, hat er schon mal gehört. Wirst du? Wollte mal was lautlos machen, ne? Das war ein kräftiger Bisschen. Ja, das ist so richtig. Bisschen Abwitz, der Wurm. Ja, ja. Aber ist noch nicht dran? Ja, mach mal gucken. Dann wird die Mäher klingeln, oder? Nee, eigentlich, dann geht's so richtig ab. Entweder siehst du richtig, wie die ständig, kontinuierlich bimmelt. Ja. Oder die Schnuschlaft ab. Dann weißt du ja, dass er dem Stück entgegengekommen ist. Achso. Noch bisschen straff. Jetzt kommt die andere auch noch ein bisschen rein. So. Du gehst jetzt auf Ahl, ne? Wir gehen halt auf Ahl, ja. So wetten der Wurm ist ab von dir? Das kann sein. Guck es kaum. Willst du eine Laugenstange oder Brötchen essen? Dann muss ich mal gucken durch. Irgendwann demnächst. Oder morgens früh. Ja, das leichte Stupsen, das kann dann immer nochmal ein Krebs sein, ne? Immer so. Wahnsinn. So. Ich bin schonmal, dass wenn so kleine Kinder so weinen oder wenn die Bäume knarzen, das ist unglaublich. Für mich hört sich das an nach einer Riesenmücke. Und dann wirst du schon mal auf den Berg, auf dir das gefiel, das ist ne? Und dann sind wir die Säge der 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 Säge. Ich freu mich auf, wenn dies auch nicht mit der Säge der Säge der Säge der Säge der Säge auf. ja war eine harte nacht mit vielen bissen kaum geschlafen aber wieder so nur gebümmelte viele fliedermäuse die nicht nur reingeflogen sind ja nach die welt kann man ja gar nichts mehr ok was trotzdem definitiv ja muss ich langsam einpacken da ist er jetzt ein tag als geht der termin im urlaub und ganz gut ab nach hause gehen steffi ist auch schon wach guck mal hier ich zum moment ultra zoom ran hier wenn ich das video schneide ja ich liebe die krase hier ne ja gut hat funktioniert meine routen haben funktioniert fische kam raus das war die hauptsache deswegen geht es hier erfolgreich nach hause allwälz rassen pliete also ganz genau breite palette vom fisch die wir hier gefangen haben nur den barsch nicht nicht so schlimm gut dann packen wir langsam ein und machen noch ein bisschen frühstück und dann geht es ab nach hause also das können wir auch gleich noch mit nachbraten ja wir kochen uns gerade ein bisschen Ei braten uns gleich ein bisschen Ei mit Bacon ich bin gerade beim schneiden hier und habe das auto vergessen also ich habe gesehen dass ich kein auto aufgenommen hatte dem entsprechen ist das auto für dieses video hier das verrückt aber so ist es eben ja ich weiß das video war vielleicht ein bisschen durcheinander aber es bringt so das alles auf den punkt gerade was letztes jahr zu dem zeitpunkt passiert ist jetzt kann endlich mal die post von der versicherung posten anfang strecken es war mir eine e mail und die habe ich irgendwie auch nicht bekommen und da hieß es ich kriege mein geld nicht weil die konnten keine einbruchsspuren finden so jetzt muss ich wieder spruch einlegen und ko sonst ist das ganze geld weg und ich habe meine ganze sache verloren quasi und muss mir alles von meinem eigenen geld hier neu kaufen da frage ich mich wofür ist man versichert ich werde auf jeden fall die Provinzialversicherung kündigen da wo ich bin und werde mir eine andere Versicherung holen ich habe schon eine ich werde nachher zu der Signal Iduna wechseln damit hatte ich damals nie Probleme gehabt ich bin damals nur rüber gegangen wie in der Sparkasse damit ich alles unter einem Haus habe quasi unter einem Dach und das war eigentlich der einzige Grund ja aktuell ist viel los gerade bei mir und aufgrund der Kurzarbeit die wir gerade aktuell wieder haben werde ich jetzt die Zeit mehr nutzen um jetzt meine Videos zu produzieren ich bin ständig irgendwie am tun und machen ich mache viel Sport natürlich mein Sohn ist ein mega an Fokus gerade und ja und jetzt durch die Kurzarbeit werde ich die Zeit versuchen sinnvoll zu nutzen damit ich so viele Videos wie möglich jetzt raushauen kann weil das Video ist jetzt das letzte Video vor der großen Tour vor der 7 Tage Survival Tour und ich hoffe dass ich das alles gut hinkriege dass das Videomaterial okay ist ich habe es noch nicht weitgehend komplett angeguckt gehabt und es wird mir eine Menge Spaß machen definitiv ja Nein 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 ich werde die Videos weiter produzieren definitiv das macht mir einfach viel zu viel Spaß es zu dokumentieren was mir gerade nur aktuell fehlt ist die Action Cam die Osmo ich weiß nicht wo die hin ist die ist mir irgendwie abhanden gekommen aber ich weiß das letzte Mal ich sie im Auto gesehen und alles auf den Kopf gestellt ich habe die nicht wieder gefunden ich weiß nicht wo die auch immer ist ich hoffe ich finde wieder dass viel Video Material drauf weil ich gerade ein Selbstexperiment mache die Wim Hof Methode Kältetraining und einmal frei definitiv ich bin seitdem nicht mehr krank aber dazu mache ich definitiv noch ein neues Video separates Video kann ich nur jedem weiterempfehlen dieses Kältetrainings zu praktizieren mit den Erfahrungen die ich bis jetzt gemacht habe Wahnsinn und mit den Menschen die ich in der Zeit kennenlernen durfte als ich dieses Kältetraining gemacht habe die gleiche Ergebnisse erzielen wie ich gerade aktuell und das auf lange Frist sogar noch hin ja und das bestätigt mir gut auf jeden Fall ich bedanke mich fürs zusehen ja ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Videos die jetzt demnächst kommen und ihr seht ich bin gerade hier frisch im Schnitt gerade wie fehlt das noch die Out das ist das Outro jetzt das was ich jetzt gerade aufnehme und dann kann ich das Video Projekt online schalten ich habe es mir viel zu lange hin und her nach vorne geschoben da unmotiviert lustlos quasi weil ich immer ganz viele andere Sachen im Kopf hatte und habe auch aber natürlich möchte ich auch mit meinen Videoprojekten weiterkommen ganz klar ich habe so viele Dateien noch so viele Videos die ich machen muss und dementsprechend muss ich auch mal langsam ich muss ich möchte langsam vorankommen damit das irgendwie mal irgendwo ein Ende hat natürlich hier reingucken ich habe irgendwie wollte ich mein Handy eigentlich Quatsch die Kamera aufstellen aber wie man als Doody so ist ja ich habe dieses Teil diesen Nupsi hier oben irgendwo verlegt keine Ahnung wo das jetzt ist mein Bad wächst auf jeden Fall und ich habe Ewigkeiten gesucht das ist total bei dem nicht ja meine Wohnung hat sich auch stark verändert seitdem mache ich vielleicht mal eine Roomtour wenn es danach geht falls ihr Interesse überhaupt da ist Wohnung ist noch nicht fertig aufgrund der Kurzarbeit muss ich natürlich diverse Kosten einsparen damit ich da über die Runden kommen auf jeden Fall dementsprechend werde ich aber auch die Zeit dazu benutzen ich hoffe dass ein Kurzarbeit nicht zu lange geht weil das natürlich finanzielle Einbußen sind und ich kann mit diesem Zeitraum nichts weglegen nichts sparen gar nichts ich bin gespannt ja ich bin ich bedanke mich wie gesagt bis zu sehen bleibt gesund Leute wenn ihr Fragen habt schreibt mir bitte über Instagram über Felix Bernstein kontaktiert mich da ich antworte gerne Leuten die mir schreiben und da hau ich meistens auch immer irgendwelche Storys rein wenn ich nicht gerade irgendwie zu beschäftigt bin oder nicht zu beschäftigt sondern weil ich gerade so andere Sachen beschäftige die ich da so gar nicht zwangsläufig mit rein machen möchte natürlich könnte ich den Sport mit rein machen ich bin selbst sportlich natürlich auch unterwegs ich habe jetzt Haus jetzt mittlerweile alles über die Corona Zeit mir angesammelt durch trainieren gut wir sehen uns wir hören uns bis zum nächsten Video ich hoffe es dauert für euch nicht so lange wir haben uns ja macht's gut tschüssi